Okay, willkommen zu der ersten großen Ischoni-Collab, theoretisch heißt sie. Der Plan, wir spielen heute Golf with your friends. Und wir haben gerade im Discord geredet, ich soll alle vorstellen, weil ich bei Takeru struggle werde, weil ich Takeru nicht so gut kenne. Okay, der erste bei uns in der Liste ist Düsenjet, gerne vorbeispielauen. Er ist ein krasser Valorant-Spieler, er hat mit Ranked aufgegeben und mit seinem Leben. Aber hier, quiet boy, wenn ihr also den leisen Scheiber, der gefühlt bei jedem V-Tuber der Valorant spielt, einmal auftaucht, könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen. I wanna play! Als nächstes haben wir Ikaros, er ist unser Nekomata-V-Tuber. Nekomata sind Dämonen-Katze mit zwei Schweifen und er macht lustige Geräusche, er ist mehr ein Priority-Streamer. Also er spielt auch Valorant, Minecraft spielt ja viel, äh, Monster Hunter, Horizon? Monster Hunter an sich reicht. Okay. Ich wollte Horizon nennen, ich war so, warte, das war Horizon Zero Dawn. Ich kann mich mit dem Spiel nicht aus. Ikaros kattet jede Woche Videos, ist ein cooler Dude, sehr komfy, sehr ruhig, sieht sehr cute aus, hat aber eine tiefe Stimme. Hast du meine Memoaren vorgelesen oder was? Wie viel hast du denn noch? Ruhe und Frieden! Ich find das unangenehm, wenn nur gesagt wird, der ist cool. Und dann gehst du dann jetzt, ich find's unangenehm. Ich hab vergessen, er ist sehr teuer. Er ist sehr teuer. Wir haben Snog, den Enten-V-Tuber, ähm, der, bist du noch eine Ente oder bist du ein Drachen? Ich weiß nicht, bist du noch ein Drachen? Wait, hallo? Ich hab nicht mitbekommen, ob du offiziell dich... Du quakst mich irgendwie jedes Mal an, wenn wir reden, aber du fragst, ob ich eine Ente bin. Danke. Okay, er ist ein Enten-V-Tuber, der immer noch sein Drachen-Model benutzt und sein Re-Debüt ist im 2050. Wow, dankeschön. Und dann haben wir Takeru, wir waren auf der Gamescom zusammen, ich hab ihn gesehen, hab mich nicht getraut, mit ihm zu reden, er hat mir Essen angeboten. Weiß ich nicht. Hallo, ich bin Takeru und ich bin auch dabei. Hallo? Takeru ist denn, er hat mir Essen gegeben. Und das hast du angenommen? Ja, kein, oh mein Gott. Ich kann's nicht fassen, dass er meine 50.000 Spam-E-Mails auf Discord bekommen hat. Er hat nur die Socken angenommen, die ich diesen Channel geschickt habe, oh mein Gott. Was? What? Wie krieg ich Socken? Oh mein Gott. Was? Er hat einfach alle Stockings, die ich ihm geschickt habe, angenommen. Ich bin so stolz. Oh no. Aber? Bitte wieder. Jaiju, Luft holen, Luft holen. Hallo, kriegen wir Kontext? Es gibt keinen Kontext. Hat Takeru einfach gebrauchte Socken von Jaiju gekauft? Aber Mieten? Schickt ihr die zurück? Nein, wie viel würdest du mir dafür bieten? H cape? Achso. Ich will die nicht kaufen. Ich hab überhaupt viele Willi gekauft. Jaiju paar Taser! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.